Wie realisieren wir auf Basis von 4G viele Effizienzen? Das heißt, die Sharing-Industrie, die E-Mobilität, der Einsatz von IoT hilft uns schon, Energieeffizienzen zu erreichen. Mit 5G werden wir in der Lage sein, durch Smart Cities und Smart Grids und der absoluten Vernetzung von allen Sensoren bis zu 40 Prozent mehr Energieeffizienzen zu erreichen. Wir können vielleicht sogar bis zu 50 Prozent des Verkehrs reduzieren, wenn wir unsere Daten richtig vernetzen und somit auch unsere Ressourcen viel, viel schonender einzusetzen.